Hallo, ein neues Feuerwerksvideo vom spanischen Hersteller Cial4 Challenger 6 Stück, was auch immer das ist, ich weiß es nicht mehr Ach, das ist ja ein Ding Mini-Lettwerk-Raketen? Das habe ich auch noch nicht gesehen Habe ich mir wahrscheinlich, wer weiß, bei der Vitrine bestellt oder so Okay, dann testen wir die mal Jo, winzige Teile Jetzt die Leitwerk-Raketen von Cial4 Das hapert schon an der Zündschnur Ach, was ist denn das für ein Kack heute? Okay Okay Ja, tut mir leid, aber wenn die nicht abheben Dann ist auch niemandem geholfen Was ist denn das für ein Mist? Soll ich mal hier reinbrennen? Geht nicht Hm Ach, die bleiben einfach wo sie sind Das war keine gute Idee, hier sowas zu bauen, also ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal